Bewege deinen Arsch zurück ins Bett, Joel. Wer hat gesagt, dass du länger wach bleiben darfst? Du! Eines Tages, Joel, werde ich alle Dinge rausfinden, die du über mich gesagt hast. Dass du deinen Vater nagfst! Eines Tages, Joel, schaue ich vorbei, während du streamst. Und erzähle in der Welt, was für ein Scheißkind du warst! Aber Dad, 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 wovon redest du? Halt immer! Nein, Dad, Dad!